Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, wo laut wir im Überlebensmodus währenddessen das Gebäude da hinten ein bisschen vor sich hin flackert. Schön, ne? Find ich auch. Wieso bin ich so, hä? Unkonzentriert. Jedenfalls, heute wollten wir einmal ganz kurz, ähm, habt ihr das gerade auch gesehen? Nein. Ignorieren wir die Waffe, die da hinten nur so durch die Gegend schwört und gehen einmal kurz nach Hause, um da unsere Sachen abzulegen und dann zu hoffen, dass wir dadurch besser zielen können, weil das war ja gerade schon mal echt krass verwackelt. Aber vorher möchte ich gerne noch etwas mit euch bauen, denn, äh, ich möchte gerne etwas testen. Äh, man muss dazu sagen, äh, währenddessen wir quasi, ähm, alles doch beim alten Super. Währenddessen wir unterwegs waren, gab's ja ein Add-on. Ja, also zwischendurch gab's ein Add-on. Niemand hat's gemerkt. Nein, äh, es war einfach nur so ein Workshop-Add-on und, äh, wir haben ein paar zusätzliche Sachen bekommen und die werden wir uns einmal angucken. Vorher wollte ich endlich meine Klamotten ablegen oder meine Sachen ablegen, weil ich nicht laufen kann. Schön, gehen wir nochmal rein. Wollt ihr viel Spaß macht, das Ding aufzumachen, ne? Ja, so. Ich glaub, der mag das nicht, wenn ich mit der Power-Rüstung rumlaufe. Ist hier deine Power-Rüstung? Ich hab schon Halluzinationen. Ich hab Albträume von Power-Rüstung. So. Äh, Transfer. Gut, äh, das dauert natürlich immer so ein bisschen. Das tut mir auf jeden Fall leid. Hätte ich vielleicht schon vor der Aufnahme machen sollen, aber naja. Genau. Schaden und Körperteilschaden. Jedoch erhöhter Rückstoß. Äh, Lifusil Terribils. Äh, werden wir, das hab ich jetzt absichtlich so ausgesprochen, äh, auf jeden Fall versuchen gleich nochmal zu ändern. Haben wir, glaub ich, schon mal versucht zu ändern, oder? Ich weiß es nicht. Gamma-Kanone mit Giftschaden. Sieht schon echt stark aus, aber wir haben so wenig Gamma-Patronen. Und ich denk mal, wir können damit Leute vergiften. Und da steht, das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Allerdings wissen wir nicht, wie viel Schaden das macht. Das werden wir gleich mal testen. So. Äh, Kapitätsmütze möchte ich gerne behalten. Wo ist mein anderes Stuff? Mein alter Stuff? Äh, komm, wir legen jetzt mal das Zeug hier ab, ne? Braucht ja keine Sau. Hab ich meine Mütze überhaupt noch? Ich hab meine alte Mütze gar nicht mehr. Ach doch, hier. Ach, die darf ich tragen und die Kapitätsmütze nicht, oder was? Achso, ich hab den ganzen Schrott abgeladen. Ja gut, ich hab kurz nachgedacht, was ich da gerade getan habe. So, äh, hier kann das meiste Zeug eigentlich auch weg. Größte brauchen wir gar nicht davon, ganz ehrlich. Brauchen wir nicht. Nur das behalten, was ich wirklich brauche. Und solange ich noch meine Stimpacts habe, sehe ich da keinen Sinn drin, das ganze Zeug hier mitzunehmen. Jet behalten wir selbstverständlich. Äh, Mais kann weg. Medex hat mir Schadenresistenz gegeben. Das behalten wir. Mantels brauchen wir nicht. Mutabäre brauchen wir auch nicht. So, das kommt alles weg. Psycho ist natürlich wichtig für uns. Das kann auch weg, komm. Alles, was wir nicht brauchen. Redex sowieso. Obwohl, da können wir gerne mal so 26 ablegen. Weißt du was, Psycho können wir auch eigentlich so 15 ablegen, ne? Und Medex. Legen wir mal 9 ab. Jet braucht Molly so viele. Da legen wir mal 18 ab. So hat natürlich auch ein Gewicht von 0,1. Das heißt, wir haben da gerade schon ein bisschen Gewicht weggemacht. Sorry. Mein Mod hat sich gedacht, äh, er lädt mich heute ins TS ein. Und, äh, hat dann aber stattdessen, äh, dass wir im TS gesprochen haben, einen Film geschaut von seiner Freundin. So. Und, äh, jetzt hab ich beschlossen, scheiß drauf, ich warte jetzt nicht auf ihn. Ich nehm mir jetzt auf, nach circa zwei Stunden. Und jetzt melde ich, dass ich plötzlich am Anfang der Aufnahme warum ich nicht mehr im TS bin. Überleg genau, Freunde. Überleg ganz genau, was da nicht stimmt. So einiges, ne? Ich weiß, ich weiß. So. Wollte ich nur mal so zwischendurch erwähnt haben. 216 Stimpbacks. Haben aber dafür kein Gewicht. Sehr schön. Das kann alles weg. So, sieht auch schon besser aus. Diverses. Uh, alles aus Haarklammern kann weg. Die Magazin meinetwegen auch. Komm, alles. Hier, komm, weg. Brauche ich unbedingt Platz. Meine Motz. Tschüss, Motz. Ihr könnt da auch gelagert bleiben. Das hilft gut. So. Wir werden das, was ich jetzt erstmal baue, erstmal hier hinstellen. Falls ich es denn finde, muss man dazu sagen. Denn ich hab mich eigentlich hier noch nicht umgesehen. Wir haben immer noch diese Energieprobleme. Ich weiß nicht, woher die kommen. Äh, es ist mir ein Rätsel. Was ist das hier? Augenbordkapsel? Augenbord. Die Augenbordkapsel haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Das ist ein Kinderbett. Das ist ein Kinderbett. Komm, wir stellen das erstmal hier hin. Wir können wir jederzeit umplatzieren. Deswegen gar kein Problem. Achso, Strom. Logisch. Ich hab kurz überlegt, was für einen Sinn das Zeug ergibt. Aber es fehlt natürlich noch Strom. Haben wir noch irgendwas Neues? Äh, Strukturen. Was? Augenbordkapsel? Achso. Benötigt sechs Strom. Das ist ja fies. Metall, Doro, Fence, ich weiß nicht, ist das eine Tür? Ich hab so viel von den Mods, dass ich gar nicht weiß, wo das sein könnte. Vielleicht hier? Ja, ich weiß, dass ich einen Generator bauen muss, um Strom zu erzeugen. Ich suche aber gerade keinen Generator. So, Dekoration war das auch nicht. Ich glaub, das war tatsächlich unter Energie. Weil irgendwo, weil irgendwo, denk ich mal, dass man dafür Energie braucht. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Lichter? Ja, Lichter eher nicht, ne? Oh, ich hab wieder voll Bock zu bauen. Oh, ich hab so wenig Zeit in letzter Zeit. Okay, das sind so viele neue, schöne Sachen. Wo ist denn das Ding jetzt? Da! Dieser Bogen. Was bist du? Übergroße Nixi-Röhre. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Was zum Teufel ist Nixi-Röhre? So, wir werden das Ding hier auch einfach hier hin bauen. Kann man später noch verändern. Und da kann man durchlaufen. Braucht man aber Strom für. So. Das benötigt nur Strom in der Nähe anscheinend. Gut, ist es vielleicht nur eine Lampe? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn Nixi-Röhre? Ich weiß. Auf jeden Fall brauchen wir einen Generator. Von... 10 ist ein bisschen viel, ne? 2, 6 sind 8. Weißt du was? Ich hab da noch so ein paar. Also... Ist natürlich noch nicht final, was wir hier machen. Ist einfach nur erstmal just for fun. So, mein Kleiner. Was machst du? Gut, wir wissen schon mal, was es macht. Es hat ein Display. Okay, wir haben Zahlen. Übrigens, die können wir auch bald entwerten, weil es jetzt eigenständige vom Spiel entwickelte Plantagen gibt. Deswegen können wir die bald aus der Mod-Liste löschen, sobald wir alles entfernt haben. Okay, wir haben Zahlen. Äh, wir haben eine Augenbot-Kapsel, die was macht? Nach Komponenten scannen. Wir tun einfach mal etwas rein, was wir nicht unbedingt brauchen, wie zum Beispiel Schrauben. Schrauben braucht keiner. Ähm... Keram... Keram... Nee, Keram... Doch, Keramik. Komm, wir machen Keramik-Scanner. Warte darauf, dass der Augenbot Keramik aufspürt. Oh, der sucht für mich Keramik! Zieh los, mein Kleiner! Cool! Oh, ich werde eine Horde von den Dingern bauen. Wofür läufst du jetzt mit mir mit? Ich glaube, der Kleiner weiß nicht, wie man hier rauskommt. Äh, die runterschieben? Ich habe dich ausgeschaltet. Was bist du für ein Hacker? Okay, wir schalten die mal wieder an. Irgendwie gibt... Ey, das ist komisch. Ich glaube, wir machen einfach mal just for fun eine Siedlung nur mit diesen Viechern. Und dann soll er mir Sachen sammeln. Oder sammelt er jetzt? Sammelt er, in dem er da rumsteht? Also eine Farming-Siedlung wäre nicht schlecht, ne? Irgendwo zurückrufen. Kleiner? Ah! Mal gucken, ob er irgendwas gefunden hat. Ey, der ist zurück! Willst du mich verarschen? Der ist stickt da drinne! Ich habe nur gesehen, wie er reingeflogen ist. Okay, gut. Wir haben noch Komponenten. Dann suchen wir mal, ähm... Dann suchen wir mal Schrauben. Komm, Schrauben kann man immer gebrochen. Ah, jetzt ist das eine Quest. Das heißt, sobald er zurück ist, wird die Quest aktiv. Können wir mehr von diesen Dingern bauen? Ich glaube nicht. Spezial war, glaube ich, eher, äh, dass man nur einen Stuff anbauen konnte, oder? Ja, wir können mehr davon bauen. Okay. Cool. Dann können wir uns eine kleine Farm bauen. Du schweb da mal rum. Okay. Äh, nächster Test. Hallo? Achso. Oh! Guckt euch das an! Ich brauche nie wieder einen Arzt! Wuhu! Soll ja jemand anderes davon profitieren, ne? Stell dir vor, irgendwer würde da durchgehen. Und auch noch geheilt werden! Umsonst! Das geht doch nicht. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Na? Alles in Ordnung? Und ich müsste hier mal die Wände antassen. Das ist komisch. Eines Tages du willst dich doch nicht nachgelt, oder? Okay. Wir gehen hier weg. Hier quatschen mir die Leute zu viel. Äh, wir haben alles abgegeben. Wir haben ca. zwölf Minuten damit verschwendet, Blödsinn zu treiben. Und ich würde sagen, wir untersuchen heute mal die Gegend. Boah. Was bist du? Vortex Pionier Park. War ich da schon mal? Uh! Du hast dich entdeckt, Freunde. Da gehen wir hin. Das hört sich doch schon mal sehr interessant an. Da gehe ich doch mit Liebe hin. So. Wir sind fast Level 61 und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt nicht so skillen werden. Taschendiebstahl. Wie wär's mit Taschendiebstahl? Das wär's doch. Aber warum ist es immer dunkel? Könnt's nicht mal hell werden nachts? Doch, da in die Richtung will ich. Oh! Nicht! Achso, das ist das leuchtende Meer. Oh Gott! Skorpion besiegen können, muss ich unbedingt eine Autopsie durchführen. Okay. Die... Leben hast du denn? Achso, ich habe nur nicht richtig getroffen. Sorry. Mir wäre es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Was zum Teufel... Was ist denn da los? Es ist immer wieder dieselbe Animation drin. Bin ich irgendwie verletzt oder sowas? schwank ich durch die Gegend, wenn ich ziele. Oh. Ich befürchte, ich vergaß, dass wir nicht gespeichert haben. Woher habe ich diesen Skillpunkt? Ist das... Hä? Okay. Wir haben einen Skillpunkt, äh, bei dem ich nicht weiß, woher das kommt. aber egal. Ähm... Was haben wir denn hier? Watchmodus? Ja, ja. Watchmodus ist nicht schlecht. Ja, Modition. Äh... Wie schön ist das auf Englisch ist. Okay, wenn ich ohne Begleiter rumlaufe, mache ich noch mehr Schaden. Ich hoffe mal, habe ich einen Begleiter dabei. Ich muss Curry halt fertig machen. Ich muss alle fertig machen. Ich hoffe, ich habe 20 mehr Damage. Es tut so weh, Leute. So, Wahrnehmung, Beweglichkeit war Diebstahl, ne? Okay. Das ist kein Diebstahl gewesen. Ausweichen, Ninja, flinke Finger, Bengfui. Man könnte natürlich auf Glück setzen und kritische Sparer machen. Als geduldiger Schlachtfeld-Dedaktiker kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen, um ihn in Zeiten der Neude im Watchmodus einzusetzen. Das bedeutet wahrscheinlich, wir hätten zwei kritische. Ich meine, wenn ich viel mit dem Watchmodus spielen würde, würde ich mehr auf Glück gehen. Klar. So muss ich ja nicht. Ab in die Sonne. Zwischen 6 und 18 Uhr hältst du plus 2 Stärkung aus. Aber das ist cool. Ist das die Ausdauerskillung? Moment. Du willst mir dazu, du willst mir sagen, dass ich 10 Ausdauer brauche, um den Scheiß zu skillen. So. 10 ist das Maximale, was man erreichen kann. So. Und dann geben die mir 2 Ausdauer, so dass ich 12 Ausdauer habe. Nutzt das mir irgendetwas? Gibt mir das einen Vorteil, dass ich gerade irgendwas verschluckt habe wo ich am Verdecken bin. Entschuldigt mich. Heiliger. Ich habe was krepiert. Das hat doch keinen Sinn, oder? Ich meine, kann meine Ausdauer noch weiter steigen? Niemand kann sich verstecken. Im Watz kannst du durch Deckung... Ja, kann ich doch sowieso schon. Schafz... Oh, Schafschütze. Konzentration ist alles. Du hast mehr Kontrolle und kannst beim Ziel mit Zielfernrohren deinen Atem länger anhalten. Oh, das ist... Es ist natürlich nicht schlecht. Du reflektierst ja wie ein Spiegel. Du hältst sofort 10 Energieresistenz. Was bist du? Prügler. Na gut, das braucht man gar nicht. Also das ist gut. Dafür braucht man nicht viel, dafür braucht man nur Wahrnehmung 6. Und dann kriegt man Wahrnehmung plus 2 und dann hat man insgesamt Wahrnehmung plus 8. Gut, kann man natürlich nicht skillen, aber... Ich meine, immerhin hat es da irgendwo einen Vorteil. Na gut, Langfinger. Komm, scheiß drauf. Okay. Ziehen wir weiter. Gucken, was hier los ist. Wo kommen die Blätter her? Okay, ich sehe natürlich, dass da ein Laubhaufen ist. Allerdings finde ich das ein bisschen seltsam, dass es immer nur aus der einen Stelle rauskommt. Aber gut, ignorieren wir einfach diese Unlogik. Ich meine, wir spielen ein Computerspiel, da ist nicht viel mit Logik. Wollte schon sagen, wo kommt das Licht her? Und wieso bist du bitte sehr auf meiner Karte markiert? Was ist an dir so besonders? Nein, nein, das tut... Nein! Nein! Ich würde lieber über die Wissenschaft sprechen. Okay, ich glaube, sie sind pissig auf mich. Oh Gott, ich bin da tot! Scheiß Absturz. Ich dachte, ihr seid freundlich. Ich hoffe, ich abschieße. Das ist das erste Mal, dass sie unfreundlich werden. Oh Gott, nicht treffen. Ihr habt doch nicht gespeichert! Ja! Laufen, Curry! Laufen! Oh Gott, oh Gott! Übrigens sehe ich gerade, dass Bethesda gescheatet hat. Dieses neue Teil, was man bauen kann, haben sie einfach nur das Bild von meinem Gewehr hier genommen. Seht ihr das? Die Zahlen? Die Zahlen haben sie einfach übernommen. Oh, ich kann euch alle klar sehen. Bam, mal her! Als wäre es Tag. Ich brauche eine Tagwaffe und eine Nachtwaffe. Okay. Bruderschaft ist, glaube ich, immer noch nett zu mir. Man kann ja egal sein, ob ich sie jetzt getötet habe oder nicht, oder? Oder? Die T60-Rüstung war sowieso nicht. Oh ja, die Holo-Marke nehme ich mit. Ich habe einen gefallenen Bruder gefunden. Guck mal an, wie hell das wird. Ich bin sehr froh, dass die Leichen bei den Leichen immer noch das Licht an ist. Dann kann ich sie nämlich besser sehen. Gut. Selbst wenn die Bruderschaft jetzt gegen mich ist. Komm. Obwohl. Obwohl. So, jetzt haben wir das Ding entdeckt. Ich muss, ich muss, außerdem müssen wir sowieso prüfen, ob das Spiel mal wieder ausfällt, wenn wir hingehen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt böse auf mich sind, weil ich die Leute angeschossen habe. Ja, das finde ich ein bisschen scheiße, muss man dazu sagen. Weil eigentlich wollte ich ja in der dritten Staffel mit euch jedes Ende durchgehen. Und das kann ich nicht, wenn die böse auf mich sind. Seit wann schießen sie zurück. Seien die nett? Oh, Bot ist zurück. Tja, so ist das Leben mein Freund. Okay. Alles Dufte mit den Jungs. Alles Dufte. Wir haben nichts zu bewirchten. Wir gehen zurück zum Robotics Pionier und... Ich hasse die Bruderschaft. Ich hasse die Bruderschaft. Ich hasse die Bruderschaft. Das würde in der Rittenstaffel wohl öfters passieren. Nur wegen der Bruderschaft. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt mit dieser Bruderschaft nicht. Ich mein... Wir spielen jetzt schon mehrere Folgen ohne dass das Spiel ausgefallen ist. Und seitdem wir ... ... bei der Bruderschaft sind... Fällt mir das Spiel eindeutig ein bisschen zu oft aus. Bullshit. Ich mein, wir könnten natürlich einfach ein neues Spiel anfangen. Wie wärst du damit? Nein. Mach ich nicht. Ja, Charisma ist spezial egal und alle freuen sich. Alle sind Freunde und jetzt geh wir nicht hier rein. Mann. So. Den Blödeffekt noch mal kurz entfernt und dann wollen wir mal zum Bäumchen reisen und nie wieder hierher zurückkehren. Und deswegen hatte ich die Bruderschaft und deswegen habe ich sie gerade abgeschossen. Und es funktioniert. Juhu. So, alle Arme in die Luft, Freunde. Ich will eure Arme in die Luft sehen. Und wenn ihr das nicht getan habt, dann bin ich aber böse. Das heißt, ihr müsst jetzt Fotos schießen, wie ihr eure Arme in die Luft hebt. Wie ihr das Foto schießt, währenddessen eure Arme in der Luft sind, das überlasse ich euch. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr die Bilder davon schickt. Ja. So. Gucken wir uns mal an, was hier so abgeht. Also wir wissen schon mal, hier sind Ghoule. Da hinten liegt ein Ghoul. Ja, da chillt er. Dann liegt er in der Sonne. So, jetzt kann er auch liegen bleiben. Der ist tief? Das ist doch nicht tief, oder? Was? Ja, ja, was? Was wollt ihr von mir? Hau ab! Das fass ich nicht. Landen die schon. Wehe, ihr kommt hier nur in meine Richtung. Stützt der ab? Das wirkt so, als würde er abstürzen, oder? Oder soll ich nachhelfen? Gegen wen, oder was kämpfen die da? Was ist denn? Ein Raider? Okay, ich helfe den Raidern. Jo. Die Moral der Bewohner von Good Warwick ist sehr niedrig. Wenn sich ihre Situation nicht verbessert, kannst du die Kontrolle über die Siedlung verlieren. Das ist ja nicht so schön. Ach, cool. Hi. Jetzt kommt der Nudschu freiwillig zu mir. Cool. 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 Oh. Terror Raider, Freunde. Wieso gucken die... Okay, das ist ein paar seltsam. Wir haben noch knapp 500 Munition. Uns geht sowas von die Munition aus. Bist du der Legendäre? Ja. Ich kann dich trotzdem sehen. Ich weiß immer, wo du bist, Kollege. Ah. Ich weiß, das muss ich mal nachladen. Okay. Den Rest erledigen wir so. Boom. Das war der Legendäre. Ah, nee. Du bist schon da dran. Ich kann nicht zielen. Hey, wie ist? Ich hab' gerade, äh... gemerkt, dass meine Sniper verdammt lang ist. Die sind gar nicht mal so lang aus, ne? Hoppla, sorry. Na, überall hast du noch dein Torso. Muss man schon sagen. So, ich suche den legendären Raider. Ist doch hier irgendwo umgekippt, oder? Ich brauche nur mal die Leichen markiert. Ganz ähnlich. Weißt du so. Ach cool, das ist ein Typ mit der Powerrüstung. Äh, keine Holomarke? Hab' ich den gerade gelootet? Ich glaube schon. Na gut, keine Holomarke für uns. Ähm... Der Legendäre. Ja, hab' ich doch hier an den Bäumen getötet. Das ist schon hell. Mann. Muss er irgendwie so eine Markierung geben. Also, ich war irgendwo hier. Oder er hat sich da hinter den Bäumen versteckt. Aha. Ah. Boxhandschuhe. Ursacht 50% mehr Schaden an Ghulen. Oh mein Gott. 50% von 12. Genau. 6. Das heißt, 6 plus 12. 18 Schaden. Holy shh. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein schlechter Witz, Leute, oder? Ah. 18 Schaden gegen Ghule. Ja, klar. Brauche ich. Ganz dringend. Gibt nichts Wichtigeres, als 18 Schaden gegen Ghule zu machen. Okay. Ich gebe zu. Ich hab' meine Rüstung zu Hause gelassen. Ähm. 18 Schaden sind relativ viel, wenn denn man gegen Kakerlaken kämpft. Meine Rüstung wieder. Ohne Rüstung geh' ich nicht aus'm Haus. Ich will langsam mal meine ganzen Kerne verschwenden. Ich meine, ich hab' da das halbe Let's Play, was wir jetzt hier haben, hab' ich Kerne gesammelt. Nur, um im Endeffekt nie mit der Rüstung rumzulaufen. Und das werden wir jetzt ändern hier. Aus dem... Genau. Ich wollte doch noch einen, 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 äh... Stealthboy einbauen. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Was ist das jetzt... Hä? Wie? Was ist... Was ist mit deinem Gesicht nicht in Ordnung? Was ist hier los? Aber es stimmt hier nicht. Okay, wir haben einfach mal X01 Rüstung geschenkt bekommen. Frag mich nicht, ich... Hier ist auch alles doppelt drin. Nee, du sollst da nicht reingehen! Irgendwas stimmt hier ganz... Du bist die Scherbe packt. Ja. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, Leute. Meine Powerrüstung regenerieren sich von alleine. Wenn ich sie denn stehen lasse. Ich mein, der Bug hat damit angefangen, dass unsere Powerrüstung verschwunden sind. Stattdessen sind andere Einzelteile an diesen Stellen aufgetaucht. Von einer T60 Rüstung. Es war immer die T60 Rüstung, die mit verschiedenen Teilen da aufgetaucht ist. Und jetzt hat... Ich glaub, der Bug ist montiert. Ich glaub, der Bug hat Strahlung abbekommen. Und es montiert. So, dass er quasi... Jetzt nur noch die X01 Rüstung überall reinpackt. Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel, Leute. Ich versteh das nicht. Ich weiß es nicht. Ich mein, das ist natürlich schön und gut, dass wir X01 Rüstung jetzt ohne Ende haben. Aber... Irgendwo ist das komisch. Irgendwo gibt das keinen Sinn. Ich hab auch Angst, dass Curry die Rüstung ablegt. Weil wenn sie ablegt und sie dann zu einer X01 Rüstung wird... Ist natürlich immer blöd. Na gut. Ich bin mit dem wenigstens zufrieden, was passiert ist. Dass meine Rüstung nicht verschwunden ist. Das war die halbe Miete. Dann steck doch... Dann steck doch raus, Mann. Ich fang gleich an zu flennen, ey. Der Charakter ist dumm zum Scheißen. So, Torso. Stealth-Boy ist drinne. Und ich wollte ja in den Helm eine andere Lampe einbauen. Eine Helmlampe? Wo ist mein Notizbuch? Nein, ich glaub, das wird mir gleich so angezeigt. Okay. Morgen... ...werden wir uns um die Siedlung kümmern. Ich will sie nicht verlieren. Und es wird ein Licht. Die Reichweite ist halt sehr minimal, ne? Bei der anderen hatten wir, glaub ich, mehr Reichweite. Naja, ist ja auch egal. Ich würd' sagen, somit reisen wir wieder zurück. Wir gucken einmal kurz auf unsere Daten. Auf unsere Werkstätten. Und dann sehen wir bei... Überall ist ein Ausrufezeichen. Essen, Wasser, Schutz, Betten. Ich muss überlegen. Soll ich das auf Screen machen? Ich mein, da ist ein so'n Typ auf Country-Crossing. Und das war's. Was? Außenposten Simulia sind 15 Leute? 15? Kommt die her? Wo kommen die her? Okay. Gut, Warwick ist schlecht drauf. Also wenn sie unter 15% landen, ist halt kacke. Und Außenposten Simulia ist kurz davor. Kann ich gut verstehen. Es sind 14 Leute. Es gibt zwei Essen, drei Wasser. Und zwei Betten. Ich stell' mir gerade vor, wie... Oh nein. Ich stell' mir gerade vor, wie sieben Leute in einem Bett liegen. Und ein einziger liegt auf dem Boden. Oh Gott, die Armen. Und die Burg. Hat natürlich zu wenig Betten. Kann ich durchaus verstehen. Gut, Warwick braucht Schutz. Ja gut, Gut, Warwick geht leicht. Ein bisschen was zu essen reintun. Und das war's. Äh, Hangman Alley. Sanctuary Hills. Ist natürlich komplett gut. Auch wenn da kein... Wieso ist da kein Ausrufezeichen bei Energie? Ist das verbuggt? Mag sein, dass es einfach verbuggt ist. Und die App hier ist es auf 74. Also ich empfinde das als sehr gut. Ja, Stimpacts sind gut. Gut. Wir haben's alle verstanden, Curry. Du bist Medizinerin. So. Ach. Freunde, ich würd' sagen, äh, das war's für heute. Das Spiel ist ausgefallen. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Äh, wir sehen uns morgen wieder. Zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Serot. Tschüss. Vielen Dank.